Hi, schön, dass ihr reinschaut bei TREAKPC heute am Dienstag, den 30. Juli. Wir haben heute was ganz Feines für euch, nämlich das neue Gwai 120T von Corsair, heute frisch erschienen. Und daher gibt es von uns heute hier auch gleich den entsprechenden Test dazu. Ihr seht schon, das ist ein weißes, kompaktes, aber sehr, sehr schickes Gehäuse, was es unter anderem auch in Schwarz gibt. Unverbindliche Preisempfehlung liegt heute bei 99,90 Euro, also das Gerät dürfte noch ein bisschen günstiger werden. Und wir schauen uns an, ob das Gehäuse was für euch ist, was es so hat und natürlich auch, was alles reinpasst. Ich habe den PC jetzt mal ausgeschaltet, weil Stromkabel und Drehteller, das verträgt sich nicht so sonderlich gut. Fangen wir mit der Front an. Die Front ist an und für sich geschlossen. Ihr habt keinen Platz für ein optisches Laufwerk, das ist so weit nichts Neues. Die wenigsten Gehäuse heutzutage bieten das noch. Allerdings hat sich Corsair bei der Front mal etwas Neues einfallen lassen. Sie wollten einen hohen Luftstrom ins Gehäuse bringen. Das geschieht zum einen mal über die Seiten hier und zum anderen auch durch eben diese gravierte, nennen wir es mal gravierte Front mit dem sehr coolen Muster hier. Das kommt dann auch mit RGB-Beleuchtung richtig schön zur Geltung. Dafür muss es allerdings natürlich auch dunkel sein. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich finde das Gehäuse in weiß ganz cool, aber was dunkleres, das würde mich selbst doch mehr ansprechen. Das ganze Teil gibt es natürlich, wie angesprochen, auch in einer schwarzen Lackierung. Front ansonsten kann dann bei Bedarf einfach abgezogen werden. Ganz einfach, wie immer. Ihr wisst, Vorführeffekt. Zack. Einfach mit Nasen drangeschnappt. Eine Besonderheit an der Frontblende hier, die ist aus Stahl gefertigt. Das kommt relativ selten vor. Meistens setzt man hier auf Kunststoff. Also sehr wertig und auch sehr cool das Ganze gehalten. Dahinter verbirgt sich dann ein großer Staubfilter. Der deckt die komplette Front hier ab, kann einfach entnommen und auch wieder drangemacht werden. Also sehr simpel, sehr einfach zu reinigen und ein sehr wichtiger Platz für einen Staubfilter. Dann haben wir hier den Blick auf die drei vorinstallierten Lüfter. Das sind SP120 RGB Pro Lüfter aus dem Hause Corsair. Wie könnte es anders sein? Verfügen jeweils über acht LEDs, die ihr einzeln ansprechen könnt. Dann eben mit der IQ Software zum Beispiel. Wahlweise könnt ihr sie auch einfach laufen lassen. Wenn ihr den Lightning Note Core hinten verbunden habt, dann leuchten die in allerhand Farben. Schauen wir uns dann nachher natürlich auch noch genauer an. Wenn ihr jetzt sagt, ich mag die Lüfter nicht oder ich will 140mm Lüfter, habt ihr in der Front auch die Möglichkeit, dann hier 240mm Lüfter zu installieren. Statt der 120mm Lüfter, wahlweise auch für Wasserkühlungsfans unter euch, könnt ihr hier entsprechende Radiatoren dann auch bis 360mm problemlos verbauen. Noch als kleine Anmerkung, ihr habt das sicher auch schon gesehen, als Kontrast zum sonstigen weißen Gehäuse ist dann hier der Frontrahmen aus grauem Kohlstoff gefertigt. Sieht sehr schick aus und ergänzt sich sehr schön mit den verschiedenen Weiß- und Schwarztönen dann im Gehäuse. Wachen wir mit den Seitenteilen weiter. Da kommen wir gleich mal zur Fensterfront. Man hat sich hier für ein glasklares Hutglas-Seitenteil entschieden. Nicht getönt, keine Ränder, also da gibt es einen perfekten Bling ins Innere. Mit Beleuchtung sieht das Ganze dann entsprechend natürlich noch cooler aus. Wir haben uns hier mal gedacht, wir bauen hier mal, wenn es möglich ist, einen Haufen weiße Komponenten ein. Jetzt ist es eben ein schwarz-weißer PC geworden. Fixiert ist die Scheibe mit vier Rändelschrauben, die ebenfalls in hellgrau oder titanium gehalten sind. Das Ganze sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Und ihr solltet aufgrund dessen, dass ihr eben so ein schickes Sichtfenster im PC habt, darauf achten, dass ihr auch entsprechend dann die Kabel verlegt. Was allerdings mit 220T auch, wie wir nachher sehen werden, kein großes Problem darstellt. Bei der Rückseite macht Corsair keine großen Experimente. Es ist ein normaler ATX-Tower, deshalb gibt es eigentlich gar nichts Besonderes. Es gibt unten eine ATX-Netzteilöffnung, da könnt ihr euer Netzteil reinpacken. Wir haben hier sieben PC-Öffnungen für eure Erweiterungskarten. Im Zweifelsfall wird das meistens wohl nur eine GPU sein. Dann haben wir hier oben Platz für einen 120-Millimeter-Lüfter. Den ganzen könnt ihr optional montieren, müsst ihr euch also separat erwerben. Und wir haben hier drüben dann noch Platz für unsere Mainboard-Ausgänge. Standardmäßig ATX, Mini-ATX oder Micro-ATX passt in das Gehäuse rein. Dann drehen wir das Gehäuse mal weiter. Weiteres Seitenteil, ja, was soll man groß sagen? Komplett geschlossen, weiß lackiert, fixiert mit zwei Rändelschrauben von hinten. Diesen übrigens am Seitenteil fixiert, so dass, wenn ihr das Seitenteil mal abnehmt, ihr die Rändelschrauben dann auch nicht verlegt. Und das ist ziemlich cool. Gehäuse ist gedreht. Schauen wir uns die Oberseite an. In der Front hier vorne dann das I.O.-Panel. Da haben wir einen Power-Taster, der zugleich auch die Power-LED beherbergt, wenn ihr sie anschließen möchtet. Wir haben hier zwei USB 3.0-Buchsen. Dann haben wir einen Reset-Taster und wir haben einen Multi-Audio-Stecker. Das kennt ihr vielleicht von einem Smartphone. Das ist quasi Mikrofon-Stecker und Kopfhörer-Stecker in einem. Je nachdem, was ihr da vorhabt, braucht ihr dann eine Weiche oder einen Adapter. Ob das ist gut oder schlecht ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Im Innenbereich haben wir dann einen hellgrauen magnetischen Staubfilter, den man ganz einfach abnehmen kann. Und den kann man auch ganz einfach wieder so dran pappen. Und wir haben dann oben Platz für optional 220 oder 240 Millimeter Lüfter. Das heißt für euch, ihr könnt ja, weil wir jetzt zum Beispiel auch einen Radiator installieren, bietet sich unter anderem dann vielleicht auch an. Wenn ihr eine Hydro von Corsair möchtet, könnt ihr da den Radiator problemlos montieren. Last but not least gibt es natürlich noch die Unterseite. Ja, was soll man groß sagen? Vier gummierte Füße für einen sicheren Stand. Und hier noch einen ausziehbaren Staubfilter für euer Netzteil dann, das ihr hier rüber dann verbaut habt. Und hier diese vier Schrauben, die sind für den Festplattenkäfig. Den könnt ihr nämlich, wenn ihr ihn nicht benötigt oder ihr braucht Platz für eine Wasserkühlung etc., entweder ein bisschen versetzen oder auch komplett demontieren. Da müsst ihr dann einfach nur diese vier Schrauben lösen. Außenhaut, so sieht es aus. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sowas habt, dann benutzt gerne unten die Kommentarfunktion. Wie ihr seht, wir haben hier schon mal ein kleines System eingebaut. Und ich erzähle euch jetzt, was passt da alles rein, was muss man beachten und was ist uns bei der Montage dann aufgefallen. Nun, es ist ein normaler ATX Tower, somit passen da ATX, Micro-ATX und ETX Mainboards rein. Was ihr einbauen möchtet, das bleibt euch selbst überlassen. Wir haben im Mainboard-Schlitten dann eine große Aussparung für das nachträgliche Montieren von CPU-Kühlern. Zudem haben wir an der Seite hier drei gummierte Kabeldurchführungen. Somit sollte auch Kabelmanagement kein Problem sein. Weiterhin verfügt der Mainboard-Schlitten dann am oberen Rand über weitere Kabelöffnungen und für unter anderem den berüchtigten 12-Volt-CPU-Stromstecker. Den solltet ihr übrigens einbauen, bevor ihr das Mainboard mit Kühler dann da einsetzt, denn ihr seht, da kommt ihr nämlich dann sonst nicht mehr dran. Ich habe es zwar bereits schon erwähnt, dennoch noch einmal, ihr habt hier oben die Möglichkeit, einen 120-Millimeter-Lüfter einzubauen oder wahlweise auch einen Single-Radiator von eurer zum Beispiel Kompakt-Wasser-Kühlung. Und wir haben hier unten sieben Erweiterungsslots, also PC-Slots frei. Da könnt ihr eure GPU, TV-Karte, Soundkarte, was auch immer ihr einbauen möchtet, dann da verschrauben. Verschrauben braucht ihr einen Schraubendreher für, das sind keine Rändelschrauben, das sind normale Kreuzschlitzschrauben. Im unteren Teil hat sich Corsa dann für eine bekannte Netzteilkammer entschieden, ebenfalls natürlich, wie ihr seht, der ganze Innenraum fast komplett weiß gehalten. Man hat hier oben auch eine Lufteröffnung für euer Netzteil, man hat hier eine zusätzliche gummierte Kabeldurchführung für unter anderem eben eure GPU-Stromkabel. So kann man die straight nach oben führen und das Ganze sieht dann sehr, sehr ordentlich aus, wenn man jetzt vielleicht auch noch einen Kabelkammer benutzt. Ansonsten gibt es auch im hinteren Bereich hier noch weitere Öffnungen, um eure I.O.-Anschlüsse anzuschließen, USB, Audio, eure Power-Taster oder vielleicht sogar auch eure RGB-Fernbedienung etc., was ihr da unten alles dran machen könnt, das ist natürlich abhängig dann von eurem eigentlichen Mainboard. Im vorderen Bereich hat man dann einen Blick auf die drei vorinstallierten 120 Lüfter aus dem Hause Corsa. Man hat hier dann auch noch eine kleine Aussparung im vorderen Teil der Netzteilkammer gemacht. Das ist vor allen Dingen interessant für Leute, die einen großen 360 mm Radiator vorne einbauen möchten, denn ich habe es bereits angesprochen, der Festplattenkäfig, den ihr hier ein bisschen durchschimmern seht, den könnt ihr auch entfernen, wenn ihr ihn nicht benötigt und dann könnt ihr dann eine richtig fette Wasserkühlung reinbauen. Was passt denn jetzt hier alles rein? Nun, ihr könnt hier GPUs mit einer Länge von bis zu 300 mm einbauen, das sollte für die meisten gängigen Karten problemlos ausreichen und eure Luftkühler dürfen eine Höhe von 160 mm nicht überschreiten, sonst schlagen sie eben am Seitenteil an. Wir haben jetzt hier einen Brocken 3 verbaut, da seht ihr schon ein relativ großer Kühler, der fühlt das Ganze auch gut aus. Und was gibt es jetzt hier noch zu beachten? Ihr seht schon, zwischen Kühler und der eigentlichen Deckelplatte oben hat man jetzt noch relativ wenig Platz. 26 bis 27 mm haben wir da gemessen, also da passen theoretisch noch zwei Lüfter hin, allerdings müsst ihr die montieren, bevor ihr den Kühler dann da reinpackt, sonst wie ihr seht, kommt ihr da sehr schlecht hin. Schauen wir uns die Rückseite an von oben nach unten. Hier haben wir dann die bekannte Backblade-Aussparung, also ihr könnt auch nachträglich hier noch einen größeren CPU-Kühler dann auswechseln oder montieren. Dann haben wir hier die kleine Platine, das ist der Corsair Lightning Node Core. Da sind bereits die drei Lüfter in der Front, die vormontiert sind, angeschlossen und dieser sorgt dafür, dass ihr dann die RGB-Beleuchtung per IQ-Software regeln könnt. Jeder dieser Lüfte verfügt über acht LEDs, sprich, die könnt ihr dann nach eurem Belieben anpassen oder ihr lasst sie einfach automatisch laufen, wenn ihr sie einfach jetzt hier so angeschlossen habt. Das Coole an der Sache ist es nicht nur, dass es diese Platine gibt, sondern sie hat auch sechs Anschlüsse, sprich, ihr könnt hier bis zu 620mm Lüfter anschließen. Ins Gehäuse passen auch 620mm Lüfter, also ihr könnt da alle Lüfter, was die RGB-Beleuchtung anbelangt, über diese Platine regeln. Abgesehen von der RGB-Beleuchtung der Lüfter kann die Platine allerdings nichts. Ihr könnt damit keine Geschwindigkeit regeln, auch keine Stripes, LED-Stripes ansteuern oder sowas. Die ist wirklich nur für die Lüfter gedacht. Angeschlossen das Ganze dann mit einem normalen internen USB 2.0-Stecker an euer Mainboard und für die Stromversorgung, da benötigt ihr dann einen normalen SATA-Stromstecker. Hier unten haben wir dann zwei Schienen, da könnt ihr jeweils ein 2,5-Zoll-Laufwerk draufpacken. Hier ist jetzt unsere SSD installiert. Das Ganze ist nicht entkoppelt gelagert, aber ich denke, ihr werdet das sowieso, wenn ihr da überhaupt was montiert, eine SSD installieren. Wir haben dann hier unten einen Blick in die Netzteilkammer. Hier ist jetzt ein RM850 verbaut. Ihr könnt hier Netzteile mit einer Länge von bis zu 18 cm problemlos reinmachen. Allerdings kann es dann sein, dass ihr den Festplattenkäfig ein bisschen nach weiter hinten versetzen müsst, da ihr da mit den Kabeln dann sonst anstoßt. Festplattenkäfig, auch ein gutes Stichwort. Da gibt es nochmal zwei Schubladen für zwei 2,5-Zoll- oder wahlweise für zwei 3,5-Zoll-Laufwerke, die allerdings nicht entkoppelt gelagert sind. Und noch einmal hier die Anmerkung, wenn ihr das Teil gar nicht benötigt, weil ihr sagt, mir reichen die Plätze hier und ich habe noch eine M2-SSD, dann könnt ihr den auch komplett rausmontieren. Und dann da zum Beispiel euren fetten Radiator einbauen oder da auch einfach die Kabel etwas besser verstecken. Das Netzteil ist ansonsten auf vier gummierten Füßen gelagert, allerdings nach hinten zum Heck ist es dann nicht entkoppelt gelagert. Auf der Rückseite gibt es dann noch diverse Ösen für Kabelbinder oder auch sonstiges, dass ihr da alles sauber verlegen könnt. Und ihr habt ca. Platz von 26-27 mm. Also wenn ihr das Ganze ordentlich macht, passt auch alles problemlos rein. Und das Seitenteil lässt sich dann auch problemlos wieder schließen. Ja, ich habe euch jetzt ziemlich viel über das Gehäuse erzählt. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet oder sowas, dann lasst gerne die Kommentarfunktion. Das Gehäuse oder der PC ist doch vorhin schon mal gelaufen, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem nochmal einen kleinen Funktionstest. Zack, und schon leuchtet die Sache. Die drei vorinstallierten Lüfter, wenn ihr sie entsprechend angeschlossen habt, laufen dann einfach so die Farbpalette durch. Auch das kann ziemlich schick aussehen. Wenn euch das nicht gefallen sollte, dann könnt ihr wie angesprochen das Ganze per IQ-Software dann umstellen. Die Lüfter ansonsten, 3-Pin angeschlossen, maximale Drehzahl 1400 Umdrehungen, sind dabei dezent hörbar. Wenn euch das stören sollte, könnt ihr dann auch entsprechend per Mainboard, Lüftersteuerung oder wie ihr das sonst dann habt, runterregeln. Mit dem Lightning Note Core hinten geht das wie angesprochen leider nicht. Ja, ansonsten, wir haben hier eine sehr schicke RGB-Beleuchtung drin, daher würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt noch ein bisschen mal im Dunkeln im Detail an und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, die kleine RGB-Einlage hat euch gefallen, aber wie ist jetzt schlussendlich unsere Meinung zum 420T aus dem Hause Corsair? Nun, das Gehäuse hinterlässt bei uns einen rundum hervorragenden Eindruck. Es ist kompakt, schick und dezent, bietet vorinstallierte RGB-Lüfter, eine glasklare Hat-Seitenteilscheibe, dass ihr da einen richtig coolen Blick rein habt und zudem bietet es allerhand Möglichkeiten, dass ihr euer Wunschsystem da reinpacken könnt. Ihr habt die Möglichkeit, große Luftkühler, große GPUs, Netzteile einzubauen, IOs passen rein, ihr könnt sogar eine Custom-Wasserkühlung reinbauen, wenn ihr vielleicht sogar in der Lage seid, unten den Festplattenkäfig rauszumachen, wenn ihr nicht so viele Laufwerke einsetzt. Weiterhin habt ihr die Möglichkeit, hier Kabel alle sauber zu verlegen. Wir haben extrem viele Kabeldurchführungen, sowohl in der Netzteilabdeckung als auch im eigentlichen Mainboard-Schlitten und die Netzteilabdeckung ermöglicht euch zudem auch die Kabel, die ihr gar nicht benötigt, dann zu verstecken. Wir haben beim Gehäuse auch eine sehr, sehr coole Front, die es bis jetzt so noch nicht gab, zumindest habe ich die noch nicht gesehen. Ausgestanzt das Ganze mit RGB-Lüftern dahinter, das sieht besonders mit dem Dunkel, ist wirklich sehr, sehr cool aus und macht hier einiges her. Weiterhin anzumerken, die drei mitgelieferten und schon vorinstallierten RGB-Lüfter von Corsair, die tun hier übrigens und ermöglichen hier eine sehr, sehr schicke Optik. Die könnt ihr dann einfach so farblich durchlaufen lassen, wie ihr das jetzt hier die ganze Zeit seht, oder ihr sagt, hm, das finde ich cool, ich baue noch drei weitere ein und regle das Ganze dann per IQ-Software, denn die jeweils acht LEDs der drei vorinstallierten Lüfter hier könnt ihr per IQ-Software regeln und ihr könnt an die Lightning-Note-Core-Platine hinten auch noch drei weitere Lüfter dranhängen, sprich, ihr habt hier quasi dann das perfekte Gehäuse als Ausgangsbasis für einen schicken RGB-PC. Ansonsten, was gibt es von unserer Seite noch zu sagen? Ihr habt Platz für vier Laufwerke, ihr habt eine schicke Netzteilkammer und alles ist rundum hochwertig verarbeitet. Es gibt da noch ein paar Kleinigkeiten, die sind uns im Test ja nicht störend aufgefallen, aber sind uns eben aufgefallen. Zum einen wäre es sehr cool gewesen, wenn man bei den PCI-Erweiterungsslots Rändelschrauben eingesetzt hätte. Das erleichtert doch die Montage meistens doch ein bisschen. Die 3,5-Zoll-Laufwerke sind nicht entkoppelt gelagert. Je nach Festplatte, die ihr da einsetzt, kann das dann schon mal sein, dass es da vielleicht ein bisschen Vibrationen gibt. Und was vielleicht dem einen oder anderen auch nicht so passen dürfte, das ist beim IO-Panel oben. Da gibt es diesen Multi-Audio-Stecker, sprich wie ihr zum Beispiel am Smartphone habt, für Mikrofon und Kopfhörer in einem. Je nachdem, was ihr da einsetzt, müsst ihr vielleicht mit einem Adapter oder wahlweise auch mit einer Weiche arbeiten. Kleine Anmerkung noch von uns, was uns bei der Montage aufgefallen ist, ihr seht, das Gehäuse ist sehr, sehr kompakt. Das stört mich aber gar nicht, das finde ich nämlich klasse. Ich mag kleine, kompakte und sehr schicke Gehäuse. Sondern wenn ihr dann großen Luftkühler einbaut, wie ihr seht, müsst ihr schauen, wenn ihr oben in den Deckel noch Lüfte reinpacken möchtet, dass ihr die eben davor installiert, sonst kommt ihr nämlich jetzt da nicht mehr dran. Ja, das wäre es soweit von uns. Für 99,90 Euro gibt es das Gehäuse ab heute bei uns auf dem Markt. Wir gehen davon aus, dass der Preis wahrscheinlich sich wieder ein bisschen sinkt. Dennoch, wie ist eure Meinung dazu? Ist das ein Gehäuse für euch oder ist es keins für euch? Was stört euch? Was gefällt euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und auch ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas auf dem Herzen habt, alles drunter unter dieses Video. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank wieder, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben, ein Abo und vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es von uns wieder ein neues Testvideo gibt. Ich bin der Jan, danke, dass ihr bei uns reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.